Hallo und herzlich willkommen auf der Nutztierarche Sonntag. Heute mache ich mit euch einen kleinen Hofrundgang. Wir schauen mal nach den Tieren und gucken, was es hier sonst nur Neues bei uns gibt. Bei den Rindern gibt es nicht ganz so viel Neues. Da vorne ist die Mama, die Annabelle läuft hier rum. Der Friedo, der neugierige Pinsel. Der will jetzt immer gestriegelt werden, sein neuestes Hobby. Der kommt jetzt immer angelaufen und muss dann einmal mit der Bürste bearbeitet werden. Finde der total super. Die Teresa ist noch nicht ganz so zutraulich. Die kommt zwar auch angelaufen, wenn man in der Wiese ist, aber die hält immer noch so einen kleinen Sicherheitsabstand und der ist jetzt noch nicht ganz so geheuer. Aber die anderen sind mittlerweile echt tiefenentspannt. Macht Riesenspaß. Und wir freuen uns jeden Tag aufs Neue über die Rinder. Annabelle, du traust dich auch noch nicht, ne? Ne, die ist auch noch nicht so zutraulich, aber das kommt. Dafür haben wir den Friedo hier. Das Allergeilste. Sieben Jahre alt. Voll die fetten Hörner, aber ganz lieb. Unser Teich ist auch endlich repariert. Wir hatten hier im Winter das Problem, dass schlagartig die Hälfte vom Wasser raus war. An der Wasserlinie, die dann übrig blieb, war nicht zu erkennen, wo das Wasser aus dem Teich entweicht. Wir haben dann die Pflanzen alle rausgenommen, die Steine rausgenommen, haben das Wasser abgepumpt, haben kein Leck gefunden, haben also wirklich lange rumgemacht und nichts gefunden. Am Ende hatten wir dann die Idee, die Teichfolie an der Wasserlinie, an der ehemaligen Wasserlinie, wo das halt die ganze Zeit gestanden hat, mit dem Hochdruckreiniger sauber zu machen. Das hat dann nach einer Dreiviertelstunde dazu geführt, dass wir in der Tat das Loch gefunden haben. Das war ein ganz kleines Loch, wir konnten da einen Zahnstocher reinstecken und haben das dann mit dem Hochdruckreiniger gefunden, abgedichtet. Ich muss mal gucken, ob man das hier vorne sehen kann. Ja, ich hoffe, man sieht das. Da unten, da ist der Flicken drauf. Jetzt haben wir seit zwei Tagen den Teich wieder unter Wasser stehen und es ist dicht. Und jetzt sind wir der Hoffnung, dass wir jetzt die gleiche Artenvielfalt wie im letzten Jahr hier bekommen. Wir hatten hier Eidechsen, Frösche, Fische, Libellen, Insekten ohne Ende. Und wir hoffen jetzt, dass der Teich sich dahingehend wieder erholt, dass das im Prinzip genauso weitergeht wie vorher. Wir werden sehen. Aber erstmal ist er wieder dicht. Wasser ist drin, Wasser bleibt drin. Frösche sind auch drin, das wissen wir sicher. Und jetzt gucken wir, dass die anderen Tiere auch wieder zurückkommen. Und dann haben wir hier ein schönes Biotop. Macht auch riesen Spaß, abends hier zu sitzen und einfach nur zu gucken, was hier los ist. Das ist unglaublich. So soll es sein. Nachdem wir Stine nun vor einiger Zeit einsperren mussten, haben wir jetzt Stromlitzen gezogen. Da hinten knallt es gleich. Genau. Also die Ferkel müssen sich jetzt erstmal an den Stromzaun gewöhnen. Wir haben jetzt hier umlaufende Litze. Da hinten die Palette, die Stine weggerissen hat, die habe ich jetzt an der Wand verdübelt und mit Winkeln gesichert. Strom dran gemacht. Stine kennt das mit Strom. Die Ferkel leider nur noch nicht. Hier vorne sieht man jetzt auch, hier ist eine Litze dran entlang mit Abstandshaltern. Damit die gar nicht erst auf die Idee kommen, sich unterm Zaun durchzubuddeln. Ja. Helle Aufregung, weil die Ferkel natürlich die Stromlitze nicht kennen. Die sind da jetzt schon ein paar Mal dran gekommen. Aber die werden das relativ schnell lernen und dann wissen, okay, Strom drauf, quietscht und knatscht ein bisschen, wenn wir da dran kommen. Ah ja. Aber ich denke mal eine gute Stunde, dann wissen die Bescheid. Dann ist das Thema durch, weil diese Ausbrecherei geht gar nicht. Und jetzt sind sie gut untergebracht. Mama kennt das mit Strom. Die ist dann noch nicht einmal dran gekommen. Die lässt die Kleinen jetzt erstmal werkeln. Ja. Aber sie können wenigstens wieder raus. Bei dem tollen Wetter war es ja eine Schande, dass die im Stall stehen musste. Aber jetzt ist alles wieder gut. Sie fängt auch sofort an zu buddeln hier. Das übliche Schweinegehabe. Für die Schafe gibt es heute auch Leckerchen. Möhren. Geraspelt. Sind die geraspelt oder was sind die? Ja. Geraspelt. Lecker. Für die Rinder haben wir die Möhren jetzt in Scheiben geschnitten. Das haben wir mit der Küchenmaschine gemacht. Feine Scheiben wie für einen Möhrensalat. Und jetzt werden wir mal schauen, ob die Rinder da genauso einen Spaß dran haben wie die Schafe. Ja. Dann gehen wir jetzt mal zusammen zu den Rindern und schauen, ob die den Salat hier auch mögen. Die haben zwar heute schon zweimal Kraftfutter bekommen, aber am Ende wollen wir sie ja doch verwöhnen. Und schauen wir doch mal, ob die Antonella die Möhren mag. Ja, wir haben sie jetzt ausgekippt, weil die Schale war den Suspekt. Aus der blauen Schale wollten sie sie nicht fressen. Teresa hatte da Angst vor. Aha. Aber Antonella haut sich die Möhren rein. Jawohl. Wir sind eine, die unsere Arbeit zu schätzen war. Ja, komm mal her, Friedo. Jetzt guck du mal, ob du auch Möhren magst. Die Hühner sollen natürlich heute auch nicht leer ausgehen. Die bekommen jetzt geraspelte Möhren. Da sind drin Äpfel, Zwiebeln, zwei Knoblauchzehen, Oregano. Das Ganze soll die Abwehrkräfte der Hühner stärken, entzündungshemmend wirken. Ja, und gleichzeitig haben sie Spaß dran, mal klein gemachtes Gemüse zu fressen. Das bringen wir jetzt mal zu den Hühnern. So, und die große Hühnertruppe hier, die findet das richtig gut. Riecht hier total nach Zwiebeln und Knoblauch. Ja, da kommen sogar die Hühner von der Nachbarwiese wieder. Der absolute Burner. Stehen die mal richtig drauf. Ja, haut mal feste rein, damit ihr noch viele leckere Eier legen könnt. Bei den kleinen Schweintieren gibt es auch nicht viel Neues zu berichten, außer, dass jetzt der ganze Bereich unterm Dach hier richtig trocken ist. Wir haben ja die letzten Samstage immer gehofft, dass wir hier rein können, um was zu machen. Aber es war immer noch so, dass es echt in der Tiefe noch total nass und schlammig war. Vorhin war ich hier drin, richtig trocken. Also man sieht es auch an den Löchern, die hier buddeln. Da ist kein Wasser mehr drin. Das ist zwar jetzt noch leicht feucht, aber es ist jetzt nicht mehr so, dass es schlammig ist. Es ist jetzt richtig abgetrocknet. Und jetzt können wir am Samstag endlich anfangen, hier die Zwischenwände einzuziehen, die Unterteilungen zu machen, sodass wir dann alle Schweine hierher umsiedeln können. Der Bereich hier, wo vorher der Arthos gestanden hat, der ja im Prinzip aus flüssiger Matsche bestand, ist jetzt auch getrocknet. Hier bin ich vorhin mal durchgelaufen. Man sieht die Fußabdrücke. Es ist begehbar, sodass wir jetzt also demnächst auch dann die Schweine wirklich hier rauslassen können, damit die dann wieder einen Auslauf und einen Stall mit Dach über dem Kopf haben, sodass die dann auch endlich vernünftig untergebracht sind. Schweinewellness vom Allerfeinsten. Da lässt sich gerade einer mal so richtig gut gehen, glaube ich. Vor dem Haus hat Diana jetzt auch schon mit dem Bauerngarten angefangen. Die Rosen sind zurückgeschnitten. Ich habe zwar jetzt überhaupt gar keine Ahnung, was hier alles steht, aber sieht auf jeden Fall im Sommer, wenn es blüht, richtig geil aus. Ja, die meisten Sachen sind sauber gemacht. Hier vorne sind die Rosen zurückgeschnitten. Also auch im Garten geht es hier mächtig weiter. Ja, wir sind jetzt überall gewesen. Wir haben alle Tiere besucht, die Schafe, die Hühner, die Schweine und natürlich auch die Rinder. Bei den Rindern ist im Moment am meisten los. Den Teich haben wir gezeigt, den Vorgarten mit dem Bauerngarten. Ja, ich denke, das eine oder andere habe ich bestimmt vergessen, aber im Großen und Ganzen waren wir jetzt erstmal überall. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.